Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat nach Angaben seines Büros die Front im Südosten des Landes besucht. Aufnahmen, die sein Pressebüro am Sonntag veröffentlichte, zeigten Zelensky mit Soldaten, die den Angaben zufolge in Robotine in der Region Saporizhia kämpfen. In einer Bunkeranlage verlieh er Orden an die Männer und würdigte ihren Einsatz. Es ist mir eine große Ehre, euch heute hier zu treffen, euch zu unterstützen und auszuzeichnen, Jungs. Ihr seid unsere Krieger und tragt eine so wichtige Mission, den Feind zu vertreiben und den Krieg zu gewinnen. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Sieg erringt. Ich möchte euch auszeichnen und wünsche euch, dass ihr schneller siegreich seid. Zelenskys Frontbesuch fällt in eine Zeit, in der über eine möglicherweise bevorstehende Entlassung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Armee, Valery Saluzny, spekuliert wird. Saluzny und Zelensky liegen in vielerlei Hinsicht über Kreuz. Der Armee-Chef ist aber sehr beliebt, sodass seine Entlassung für Unmut in der ukrainischen Truppe sorgen könnte.